Ich habe das Gefühl, dass man fast schneller Spiele findet als im Rumble. Ja, weil Rumble nicht so viele spielen. Tatsächlich. Aber da sind 2-2 so viele Matches, so schnell Matches gefunden werden. Ja gut, da brauchst du weniger Spieler, ne? Ja. Aber beliebtesten Modus ist eigentlich immer noch der ganz normale 3 gegen 3, glaube ich. Ich glaube, der wird am meisten gespielt. Cool. Nein. Oh, gut. Aber die ist nicht. Fynn, 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 hier. Fuck. Ich habe das abgeflüßt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Und das war's, kam bloß mehr. Cheis. Hä? Der war jetzt durch mich durchgeglitscht. Als ob der den kriegt, Alter. Ja, genau. Natürlich fliegt er da hin. Ich hab noch vorne runtergedrückt. Ey, der macht sowas. Ja, ist egal. Ich glaub, die sind ja noch mal zu eingespielt für uns. Ja. Aber die sind jetzt nicht on top oder sowas. Das ist einfach nur, wir hatten echt viel Pech gehabt. Also in guter Form hätten wir die hingekriegt. Ja. 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 Ah, schade. Ah, schade. Hier ist schon ne Parade? Ja, ich hab noch fast bei der Mitte oben. Ah, scheiße. Der kommt. Ja. Deiner. Hm. Geht nicht so. Nein, es gibt keiner dran. Scheiße. Das war dumm von mir. Ja, wohl nur. Uh. Mit Gewalt. Nein, es gibt keine Ahnung. Alter, warum macht der denn, dass sich was stimmt? Nein. 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 das wäre echt gut kombiniert gewesen oh fuck digger oah ich habe keinen boost mehr wollte angestarrten und habe gar keinen boost nein ich bin zu schnell ich kann mich kaputt machen wenn er nur vor mir steht ok habe ich jetzt wahrgenommen als wenn er da noch dran war wir haben auch immer so ein ball glück dass er bald noch so fliegt wie sie es brauchen leider dürfen wir jetzt auch mal nachschauen das geht doch nicht ja mach mich kaputt ja mach mich kaputt ich hinten fuck ach komm man was haben die vielen scheiß glück gerade das ist aber genau so kacke zu ihm dumpel ja 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 es wird das ist es wird nicht mal rein ja und dann schießt sie noch vorbei Und wir können das jetzt verkacken. Also den Punkten noch zuurteilen, müssten wir das Ding aber nicht nachholen. Beziehungsweise wir hätten es in der Verdienstleistung. Krieg ich nicht weg. Das gibt's doch nicht weg. Oh du Hund, Alter. Ist doch an mir vorbei geglischt, der Ball, Alter. Alter, kann der Cheap mal aufhören, auf Autos zu gehen, anstatt auf den Ball? Gibt es nicht. Boah. Nach der Pechsträhne musst du jetzt auch mal wieder eine Glückssträhne kommen. Hey. Mehrer Glückssträhnen. Ben ja! Bei mir Vielen Dank.